Ja, meine lieben Leute, mir scheint es unscheint. Immer wieder bekomme ich die Frage gestellt, wie lange hält denn so eine Photovoltaikanlage? Und da ist einmal ganz wichtig, dass wir vom Herzstück der Photovoltaikanlage von den Photovoltaikmodulen ausgehen. Und hier ist es so, wenn man sich heute 30 Jahre alte Anlagen anschaut, dass die noch immer, jetzt noch immer, mit 85 bis 90 Prozent ihrer Ursprungsleistung unterwegs sind. Das heißt, wir können schon einmal darauf vertrauen, dass man einige Jahrzehnte nennenswert Strom ernten wird von den Photovoltaikmodulen. Was ganz wichtig ist, dass man sich genau anschaut, welche Garantiebedingungen die Hersteller, die man verbaut, geben. Und da sind wir Ihnen natürlich sehr, sehr gerne behilflich und können sehr, sehr transparent und sehr offen Ihnen zeigen, welcher Hersteller was für uns zur Verfügung stellt.